Vers 7 Mata parataram nanyat kinchit asti dananjaya Mahi sarvam midam protam sutre mani ganaiva Mata jenseits von mir Parataram Höher Na nicht Anyat kinchit Irgendetwas anderes Asti es gibt Dananjaya Obero von Reichtum Mahi in mir Sarvam alles was es gibt Edam was wir sehen Protam ist aufgezogen Sutre auf einer Schnur Mani gana perlen Iva vi O Eroberer von Reichtum es gibt keine Wahrheit über mir Alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur Erläuterung Es ist eine alte Streitfrage ob die höchste absolute Wahrheit persönlich oder unpersönlich ist Was die Bhagavad Gita betrifft so ist die absolute Wahrheit die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna Und dies wird auf jeder Seite bestätigt Besonders im vorliegenden Vers wird betont, dass die absolute Wahrheit eine Person ist Dass die Persönlichkeit Gottes die höchste absolute Wahrheit ist, wird auch in der Brahma Samhita bestätigt Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Dieser Vers besagt, dass die höchste absolute Wahrheit die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna ist Er ist der ureerste Herr und das Behältnis aller Freude Govinda Und er ist die ewige Gestalt vollkommener Glückseligkeit und vollkommenen Wissens Diese autoritativen Schriften lassen keinen Zweifel darüber, dass die absolute Wahrheit die höchste Person, die Ursache aller Ursachen ist Die Unpersönlichkeitsanhänger jedoch behaupten das Gegenteil und stützen sich dabei auf die folgende vedische Aussage Die in der Shvetashvatara Upanishad 13 zu finden ist In der materiellen Welt gilt Brahma, das ureerste Lebewesen im Universum, als der höchste unter den Halbgöttern Menschen und niederen Tieren Aber jenseits von Brahma liegt die Transzendenz, die keine materielle Form hat und die von allen materiellen Verunreinigungen frei ist Jeder, der diese Transzendenz zu erkennen vermag, wird ebenfalls transzendental Aber diejenigen, die die Transzendenz nicht kennen, müssen die Leiden der materiellen Welt ertragen Die Unpersönlichkeitsphilosophen betonen vor allem das Wort Arupam Aber dieses Wort bezieht sich nicht auf etwas Unpersönliches Es weist darauf hin, dass die absolute Wahrheit keine materielle, sondern eine transzendentale Form hat Die, wie der oben zitierte Vers aus der Brahma Samhita bestätigt, ewig glückselig und voller Wissen ist Dies wird von anderen Versen der Svetasvatara Upanishad 3.8-9 bestätigt Vedahametam purusham mahatanam adityavarnam tamasaparastat Tamevaviditvati brityam yeti nanyapantavidyate yanaya Ich kenne den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, der in transzendentaler Stellung zu allen materiellen Vorstellungen der Dunkelheit steht Nur wer ihn kennt, kann die Fesseln von Geburt und Tod überwinden Es gibt keinen anderen Weg zur Befreiung als die Erkenntnis dieser höchsten Person Es gibt keine Wahrheit, die über diesem Höchsten steht, denn er ist der Allerhöchste Er ist kleiner als das Kleinste und er ist größer als das Größte Er gleicht einem ruhigen Baum und er erleuchtet den transzendentalen Himmel Und wie ein Baum seine Wurzeln ausbreitet, so breitet er seine vielfachen Energien aus Aus diesen Versen geht eindeutig hervor, dass die höchste absolute Wahrheit die höchste Persönlichkeit Gottes ist die durch ihre vielfältigen materiellen und spirituellen Energien alldurchdringend ist Und wie ist die höchste? Und wie ist die höchste? Und wie ist die höchste?